Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Slender Da oben ist er auch schon wieder, also Slendered Arrival So, wir werden jetzt erstmal hier weiter gehen Ich musste jetzt leider mal den Weg von gestern nochmal ein bisschen wiederholen wieder Also sagt daran, weil ich zeig's euch mal Ich nicht gefunden hab, wo man hier speichern kann, anscheinend kann man das nicht Oder jedenfalls, ich war da ein bisschen blöde Und ja, ich denke mal, ich werde noch eine Folge nach der Folge von Slender machen Oh shit Slender ist weg, habt ihr das gesehen? Hier haben wir doch das Bild von dem Jungen So, und wir schauen jetzt erstmal, wo wir überhaupt so lang gehen können Wir folgen jetzt einfach mal weiterhin hier den Weg, würde ich vorschlagen Und ja Freut mich, dass auch Bornau dazu gekommen sind, die ich vorher noch nicht in den Kommentaren gelesen hab Hier durch Slender Oh man, was ist das für ein Gebäude? Wir machen erstmal da den Generator an Würde ich vorschlagen So Nein Habt ihr's gehört, Leute? Oh man, ich hab ihn schon gehört Oh man, ich hab ihn schon gehört Boah, what the fuck Was ist hier geschehen? Gibt's hier irgendwo was? In dem Gebäude Ich glaub mal schon Oder Oh shit Hallo Ähm Ah Leute Boah Nein, ich hab Slender Nein Er will mich holen Komm Also ich werd wahrscheinlich nochmal eine Folge machen Ja, von Slender Die Arrival Aber dann war's das, denk ich mal auch Weil das Spiel ja nicht eine direkte Story hat, sag ich mal so So Komm, einfach nicht beachten Oh Äh Leute, wo ist er hin? Aber eins müssen wir sagen Das Spiel hier von Slender Gefällt mir besser als das Slender Free2Play Spiel Was es ja auch noch gibt Einige werden bestimmt wissen Oder viele Was für ein Free2Play Spiel Ich mein, dieses ganz normale Wo du im Wald bist Na, da oben ist wieder Slender Oh shit Ich glaub, das wird kein gutes Ende mehr für uns nehmen hier Glaub ich einfach nicht Okay, was haben wir dort hinten? Wir rennen einfach mal dorthin Boah shit, er Slender Der steht 100%ig gleich wieder hier irgendwo Okay Ich komm mal hier rein Okay, hier Gibt's hier was? Okay, wir gehen mal langsam Durch das Gebäude Hier, warte mal Kann man hier was beim Rucksack machen? Nein Könnte ja sein, dass man den Rucksack eventuell öffnen könnte Hätte ja sein können Hätte ich mir nämlich auch auf jeden Fall vorstellen können Okay, was geschieht jetzt? Ähm, Leute Okay, wir müssen jemanden finden Hätte ich nicht mehr das gleiche Gebäude von gerade eben Boah, ich dachte gerade, hier steht Slender Boah, Leute Ihr wisst nicht, was ich für einen Herzinfarkt bekommen hätte jetzt wirklich Wer hat er dort? Also dann hättet ihr mich begraben können Oh shit Oh shit Jetzt sind wir in Verderben hier angekommen Eindeutig Wir sind im Verderben angekommen Die Hölle für mich also Ihr wisst ja, Leute Ich erschrecke ja auch etwas sehr leicht Weil, hoh, spielen, was das angeht Ich sag nur Outlast, dann weiß man schon, was ich meine Aber ich probiere so gut wie möglich, dass hier Oh shit Oh shit, Leute Wie sich das einfach jetzt nur angehört hat Leute, ich Ich heule gleich Ich bekomme gleich so eine Art Ich bekomme epileptischen Anfall Eindeutig Ich bekomme wirklich gleich einen epileptischen Anfall Bekomme ich gleich, Leute Wirklich in real life Wirklich jetzt so ganz real Ich könnte in real life nicht nachts durch den Wald laufen Selbst mit einer Taschenlampe Ich denke mal, ich würde Schiss bekommen Na toll Wir haben eine Seite gefunden Jetzt kommt er näher Splendor, es tut mir leid Wirklich Scheiße, Leute Ich hab Schiss Ich hab Schiss Wirklich unnormal Oh shit, das sieht aus wie so eine kleine Schule Wenn man das so sieht hier Mit diesen ganzen Spinden und so weiter Muss ich das spielen, Leute Ja, muss ich Weil Ich weiß es einfach Euch gefällt es, wenn ich erschreck Es gefällt euch einfach Na toll, noch eine Seite Vor allem, wenn man sich das wirklich mal so vorstellen müsste Im realen Leben Muss ich das wirklich mal so vorstellen Du bist im Wald Also jetzt nicht nur mal Nicht als Slenderman als Beispiel Sondern ich verfolgt irgendwie so ein Typ oder so Boah, ich hätte unnormal Schiss Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Slender ist erscheint hinter uns Nein, dort ist er Dort ist er Habt ihr ihn gesehen, Leute Da war er Slender war er Oh shit Oh shit Ich hätte das mal auch mit dem ganzen Gelauber hier Oh shit Ich muss mich erstmal hier kümmern Dass wir Überleben Ich will nicht sterben Leute Boah Ich bekomme übelst den Schiss gerade Ich glaube, wenn es weiter so geht Ich bekomme wirklich gleich einen Anfall Oh mein Gott Da hinten ist Slender Habt ihr gesehen, Leute Ist teleportiert, also ich immer Na toll Immer wenn ich es Oder wie das Geräusch auch geht Kommt Der teleportiert, also ich Nein Weg hier Weg hier Weg hier Weg hier Wo gehen wir gleich überhaupt hin Ich weiß es selber nicht Oh mein Gott, Leute Oh mein Gott No plan No plan Wirklich hier Absolut No plan Na toll Noch eine Seite Der wird uns holen, das Glender Soll ich euch jetzt schon Wir haben ja schon wieder eine Seite Hier Wo Leute Kann auch sind Sollten wir das eventuell schaffen Oder sterben Jetzt weiß ich nicht Ob das die letzte Folge sind wird Werde ich mir einfach mal noch so überlegen Ihr kriegt ja dann mit Ob ich nochmal etwas hochlade Kommt dann drauf an Ob ihr es nochmal sehen wollt Sollte ich nämlich jetzt sterben Das müsst dann einfach Sag ich mal so Ihr entscheiden Also wenn ich dann sehen würde Dass zumindest noch ein Bauleute Interesse haben Oder so Oder zumindest Eine Person Ja Würde ich es nochmal Aufnehmen Slender Oh nein Da war auch er Ich habe ihn gesehen Leute Ich hoffe ihr auch Ich weiß eine Schritte Boah Krass So Krass So Ich weiß gerade gar nicht Was ich hier noch so zu sagen soll Ist einfach gerade krass Kann ich mich nicht einfach In den Toilettenhäuschen hier mal verstecken Und warten bis er weg ist Nein Ich glaube die Musik hier im Hintergrund Und so weiter Und die ganze Atmosphäre will das nicht Ich soll weiterlaufen Hier ist ein See Wir finden jetzt hier wohl alle Seiten oder was Das wäre schon krass 6 Nein Ah Oh Gott Leute Oh Gott Ich hoffe das war jetzt nicht zu laut für euch Ich hoffe es Oh shit Nein Slender Renn 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 Ich weiß nicht mehr wohin Da ist es schon wieder Oh shit Oh shit Oh shit Na toll Wo sollen wir jetzt überhaupt noch hin Slender Slender Bitte Ich häng fest Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich mache mir gleich sowas von in die Hose hier verschiss In die Hose mache ich mir wirklich gleich Boah Nein Bin wir nicht Meine Zuschauer wollen auch nicht dass ich sterbe Aber eventuell das ein Herzinfarkt bekommen Das wollen meine Zuschauer Oh shit oh shit oh shit Ich glaube ich sollte mich einfach hinlegen und sterben Ich weiß nicht, das hört sich jetzt nämlich an, Leute. Oh nein. Ich hab grad... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab grad die übelste Gänsehaut hier, Leute. Alter, das ist kein Spaß mehr. Boah. Oh, kacke, kacke, kacke. Ich weiß nicht, ob es auch einigen aufhört. Ich komm gerade auch gar nicht dazu, so richtig gut zu kommentieren hier. Weil ich auch wirklich grad in so eine Art Horrorfieber verfallen bin. Ja. Der epileptische Anfall, der beginnt. Oh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Slender! Es tut mir leid. Du lässt mich gehen und wenn ich alle Seiten hab, brauchst du dich auch als Belohnung, dass ich's geschafft hab, auf meine Schoß zu setzen. Was hältst du von dem Deal? Machen wir dort schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es grad absolut gar nicht mehr. Ich kapier grad gar nichts mehr. Und das ist kein Spaß mehr, Alter. Ich hab grad den totalen Blackout, was hier die Gegend angeht. Oh man. Heftig, heftig, heftig. Ich seh grad auch schon, die Folge geht schon langsam etwas zu lang von Slender. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Oh nein, ich glaube, aber wir werden jetzt sowieso sterben. Glaube ich einfach. Was? Boah. Todleben, Todleben, Todleben. Okay. Weiter, 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 weiter. Aber hier muss auch noch eine Seite sind. Das weiß ich auf jeden Fall. Weil wir hatten ja bis jetzt an jedem Gebiet fast hier eine Seite gefunden. Na toll. Wo können die aber hier sein? Oh shit. Nein, da ist er. Ich hab grad zu spät erst den bemerkt, wo er stand. Okay, hier. Diesen kleinen Weg folgen. Einfach hier den kleinen Weg folgen. Nein, ist das nicht wie das gleiche Fahrzeug? Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich will nicht. Blender. Oh man, wenn der jetzt vor mir stand. Ich glaube, ich wird brüllen. Wahrscheinlich passiert zugleich. Ich halte diesen Moment auf diese Kamera fest. Oh shit, Leute. Oh shit. Und ich wiederhole mich grad die ganze Zeit mit Leute, Leute, Leute. Boah. Mann, oh man. Wo ist der hin? Was passiert hier mit der Musik? Die dreht ja gerade alles richtig am Rad. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Komm, haben wir hier drin noch eine Seite. Ich bin nur noch eine Seite. Nein. Slender. Oh shit. Nein. Da ist er. Was passiert hier? Slender, bitte tut das nicht. Nein. Nein. Sprinter. Rett bitte schneller. Oh, alle. Nein. Nein. Sarkasse. Nein. Slender, glaube ich, aus der Sarkasse rausgehen. Danke. Oh nein, da ist er. Schnell rum. Oh man. Oh shit. Boah. Wahrscheinlich wollte ich mit meinem Stuhl hier umkippen. Und die ganze... Und meine ganzen zwei Monitore mit runter robben. Und wenn ich jetzt erschrecken sollte. Oh Gott. Na gut. Na gut. Ich sollte ich meine Monitore bitte schön mit runter robben. Ich glaube, gerade so viel Scheiße. Leute. Was? Da war er. Sag mal, stand gerade zweimal hier. Oder finde ich wahnsinnig. Bin ich wahnsinnig. Ich glaube, lange bin ich wahnsinnig. Ich finde aber auch, ehrlich gesagt, hat keine Seiten mehr. Boah. Ich hoffe, ich habe jetzt ja keine hier hinter und so. Wie übersehen. Was passiert hier? Nein. Slender. Oh shit. Ich sehe nicht mehr. Ich habe keinen Durchblick mehr. Ich habe keinen Durchblick mehr, Leute. Warte. Wo bin ich? Ich sehe nicht mehr. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott. Leute. Boah. Was ist das hier? Was ist das hier? Wo sind wir? Es ist wieder Tag. Und Leute. Ich denke mal, ich werde die Folge etwas länger machen. Wie kann das sein? Wir haben überlebt. Hä? Okay. Wir sehen uns an einem anderen Gebiet. Und das Spiel will mich, glaube ich, gerade etwas verwirrt machen. Okay, dort oben haben wir ja die Kamera, sagen wir mal, wir machen das noch bis zur 35. Minute. Oh Mann, ich weiß nicht, was wir jetzt hier gemacht haben. Und wo wir überhaupt jetzt sind. Wir haben doch nicht Slender besiegt. Das glaube ich nicht. Hier seht ihr diese Junge. Totleben. Was ist das hier? Ähm, hallo? Slender? Dr. Slender. Sind sie hier? Oder ihr wisst nicht, wie ich jetzt unnormal erschrecken würde, wenn jetzt Slender hier wäre. Oder ist. Boah. Ich habe gerade unnormal. Schiss irgendwie hier. Puh. Das Spiel macht mich gerade echt heftig, Leute. Ich habe gerade übelst... den Anfall hier. Also wenn ich das mit Face Kill machen würde. Ich glaube... Ich würde durch so denken. WTF. Ähm, und was geht jetzt hier ab? Da steht no. Also nein. Okay, was ist dort hinten? Ich bin ein sehr neugieriger... Oh mein Gott. Diese Gänge hier. Das sieht einfach hier nicht gut aus. Das sieht einfach nicht gut aus. Was ist das? Was? 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 Was ist das? Was ist das? Hilfe! Oh Gott! Ist es der Junge? Renn. Renn. Oh Gott. Bleib dorthin. Na toll. Jetzt wieder no. Ich weiß nicht was ich machen soll. Was? Ich lende auch noch. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht ihr Entwederner Ernst. Ich hoffe dieses Kind schon wieder laufen. Oder was es ist. Ich weiß nicht, wo wir lang zahlen. Oh Gott! Scheiße. Leute. Nein. Ich überlebe das nicht mehr. Das ist kein Spaß mehr. Nein. Slender. Was ist das? Hat dir das gehört? Kann ich damit hochfahren? Nein, wir müssen hier überall die Generatoren anscheinend anmachen. Toll. Okay, wenn ich gut bin. Ich glaube, die sind hier rechts. Das ist gerade wirklich meine Vermutung. Ich glaube, die zwei Generatoren, die rechts sind, die sind hier rechts. Und der andere ist weiter oben. Könnte ich mir noch vorstellen. Da unten. Hau ab, kleines Kind. Hau ab. Ich sah das. Ich bin der D-Mann mit der Taschenlampe. Nein. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Ich sag's nicht nochmal. Oh, mein Gott. Was ist das einfach nur noch für ein Voodoo-Shit hier? Ja, aber angemacht haben wir's. Renn. Noch zwei Dinger. Noch zwei Dinger, Leute. Wir parken's. Wir parken's. Werden wir Slender the Arrival durchspielen? Werden wir es überleben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Oh, Mann. Ich glaube, ich bin mittlerweile... ...wirrich gerade an dem... ...punkt... ...angelangt! Wo ich sterbe. Wo ich sterbe. Innerlich. Ah ne, der Generator ist schon an. Oh Gott. Nein. Wie ist das Kind? Wo ist das gepläte Kind eigentlich? Natürlich nichts gegen Kinder, aber dieses Kind ist wirklich schlimm. Oder was ist das für ein kleiner... ...sonst was ist. Kleiner Dämon, sag ich mal. Der ist ja einfach nochmal richtig heftig. Ich werde eigentlich mal die Folge noch etwas länger machen. Bis wir jetzt sterben, sag ich mal so. Oder es sollten wir es schaffen. Wir sind gerade so weit, Leute. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Falls die Folge euch etwas zu lang geht. Weiß ich nämlich auch, weil es viele von euch, die gruseln sich auf als solchen Horror spielen. Nein, das dumme Kind. Kann man hier auch noch? Ah. Was? Ich hab doch mit der Taschenlampe auf den drauf gezeigt. Ähm. Habt ihr das gesehen, Leute? Hä? Ich hab mir das Taschenlampe drauf gezeigt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Boah. Okay. Falls ihr nochmal eine Folge sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Oder lasst es mich einfach wissen. Mit einer Bewertung. Boah. Das war heftig, ja. Okay, Leute. Was soll man noch anders an? Haut rein. Und ciao.